Lass doch einfach mal GG an Jeff sagen, der das Sheriff hat gerade zwei weggemacht, Jeff, das war eine starke Runde, sehr, sehr gut. Aber, Dona, wenn jemand ein Schild hat, dann kann der nicht von den Impostern getötet werden. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ich hau da jetzt so rein, ich kill jetzt irgendwen. Ich kill jetzt irgendwen. Shanti, lass mal richtig reinscheißen. Ja. Aber ich find's halt komisch, wenn jemand das behauptet und dann sagt keiner was dagegen, weißt du, Schweiner? Ja, aber haben ja zwei Leute. Also, waren in dem Fall die Poster. Ey, viel Spaß. Oh, wir spielen mit Proximity Chat, das ist nice. So, ich hau jetzt richtig rein. Ich hau jetzt richtig rein, Freunde. Oh, ich hau jetzt richtig rein. Oh, ich hab's mit Proximity Chat. Oh, ich bin jetztin Schilder. Oh, ich bin jetzt nicht so. Ja, ich bin jetzt nicht so. Wie, ich bin jetzt da. Und jetzt, ich bin jetzt hier in der Hand. Oh, ich bin jetzt hier. Wie, ich bin jetzt hier. Wie, ich bin jetzt hier. Leute, ich hau jetzt richtig rein. Ich kill jetzt jeden einfach. Der liegt schon so lange. Oh, Tim ist super frisch. Tim ist ultra frisch. Ja, Tim ist wirklich... Naja, als ich gerade in Lifeline war, war er tot, Max. Oh, da hast du noch einen Sekunden länger geguckt als ich. Ja, ja, habe ich. Ich bin gerade eine Sekunde, hatte ich rausgelaufen. Ja, schon da auch. Wie lange bist du von der Lifeline weg? Blask und Mike, ihr seid doch zusammengelaufen, oder? Dann können wir doch hier super viele Leute rausnehmen. Für den Tim-Horus-Kill. Zwei Leute liegen... Zwei Leute liegen... Also Karose und Dona habe ich gefunden. Dona liegt eben im Dropship und Karose liegt ein bisschen vorm Dropship. Ähm, Mike? War Mike auch bei dir, Blask? Ja. Dann können Blask, Mike, Parts... Nee, 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 nee. ... und ich den Tim-Horus-Kill nicht gemacht haben. Mike kann aber hier Karose auf jeden Fall getötet haben. Das ist ja egal. Es geht um den Tim-Horus-Kill. Wir können ja einfach super viele Leute ausschließen für Tim-Horus-Kill. Kann jemand für die letzten drei Sekunden jemand anders ausschließen? Zwischen Jeff, Timmit und Tau. Ja, ich kann den Tim-Horus-Kill leider rausnehmen. Mike, warum kannst du mich ausschließen? Ich habe dich nicht gesehen. Ich kann niemanden rausnehmen, Vlesk. Ach, Jeff, wie solltest du mich ausschließen? Ich bin hinter dir mitgelaufen. Aber ich finde es komisch, dass Tim-Horus-Kill gefunden hat, weil ich gesehen habe, dass du in ein Dropship reingelaufen bist und dann hast du ja Dona gepostet. Wenn der Joker mich sails. Das habe ich nicht auf meinem Screen gehabt. Also gar nicht. Vlesk, kannst du nochmal sagen, wo die Leichen liegen? Vorm Dropship, im Dropship. Also einer im Storage vorm Dropship und einer im Dropship genau in der Mitte. Und Timmit, du kamst gerade von rechts zum Reaktor oben nach links gelaufen. Ja, also wenn der Joker mich hier cleart, finde ich super. Wenn was? Ja, der Chantau versteckt sich in dem Reaktor oben links, was soll ich sagen? Nein, da war ich nicht. Ja, aber du kannst immer noch im Poster sein. Okay, darf ich jetzt nochmal ganz kurz sagen, dass ich mit Karuso sehr, sehr lange an den Camps war. Tim-Horus, ach, das sind ja beides die Toten, ich Idiot. Ja, wir auf jeden Fall dazu dritt, hinter den Scheiben die ganze Zeit standen, Mike dann irgendwann mal dazu kam, Mike nach rechts weggelaufen ist, Karuso aus den Camps rausgelaufen ist und jetzt da liegt, wo Mike dann ungefähr stand. Ja, das stimmt, ich hab dich und Tim-Horus da stehen sehen. Karuso war in den Camps, du warst mit Tim-Horus oben links beim Reaktor. Ich bin rübergelaufen, hab da Chantau auch getroffen, bin in den Lab reingelaufen. Ja, ich war vorher auch im Lab, das stimmt. Timmit oder Jeff für den... Töte nicht da, Karuso, wenn ihr beiden da seid. Timmit bist du Engineer, weil du wolltest ja gerade in den Admin-Vent runterlaufen. Admin-Vent, Admin-Vent. Ne, 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 bin ich nicht. Ja, du bist entweder Joker und Poster. Also wenn du Crew-Mate-Bestes machst, es gibt überhaupt keinen Grund für dich, jemals Richtung Admin-Vent zu laufen, wenn du Crew-Mate bist. Chantau ist Joker zwischen Jeff und Timmit ist ein... Da hast du recht, Blerz, aber ich bin gar nichts, leider. Ja, bin smart. Ich hau jetzt einfach rein, Freunde. Kim, ich beantworte deine Fragen gleich nach der Runde, keine Sorge. Hm. Wer wollen wir denn töten? Partzy, oder? Warte, ich scheiß hier so rein, ist mir so egal. Ich schnetze nur weg. Puh, du fixst doch dieses Ding da runter. Alter, ich fick das nicht hin, ey. Das ist ja allerhöchste Eisenbahn. Ich glaube, ich habe gerade eine halbe Minute versucht, das kommt zu fixen. Auch wenn ihr mich voten solltet als Crew-Mate, ich würde Chantau nicht voten, denn er ist Joker wahrscheinlich. Jo. So, ihr könnt mich gerne voten, aber dann habt ihr verloren. Ja. Max, wer hast du gefunden? Jeff ist, glaube ich, gewendet, außer er sagt, er ist Engineer. Ja. Bist du Engineer, Jeff? Nee, die Sache ist die, ich kann nicht Engineer sein, weil ich Crew-Mate bin und ich habe Flast in der ersten Runde schon wenden sehen, deswegen weiß ich, dass er Engineer ist. Aber wieso bist du denn unten links aus dem Labor rauskommen? Warte, bist du Joker, weil ich bin Crew-Mate. Ich kann nicht hören. Du bist unten links aus dem Admin-Table rausgekommen von diesem Läschen. Ich denke, einer von euch anderen ist Joker. What the fuck? Chantau, du bist Joker. Doch. Nein. Nie. Und ich bin die Runde ganze Zeit mit Chantau rumgelaufen. Also, die Leiche, by the way, können wir ganz kurz, kann ich kurz ein bisschen Zeit haben, weil wir müssen voten, wir haben halt keine Info. Also, ich denke, als Crew-Mate werde ich hier Timid voten. Ich habe ihn hier unten gecrossed, als er aus dem Super-Mate gekommen ist. Die Leiche liegt in Security, ich bin gerade hochgelaufen. Musste die Türen noch alle aufmachen, die waren alle zu. Ich bin nicht in der Tour gewesen, danke. Wo kamst du dann her? Ich habe Mike am Pilonen gesehen, unter dem Zaun bei Electrical. Wann das denn? Könnte sein, dass er gewendet ist. Ich habe dich noch nicht gesehen. Ja, okay. Wann war das? War das eine Aufgabe? I don't know. Ja, genau. Ich habe Labyrinth gemacht, bin dann rübergelaufen zu Coms und habe da Coms gefixt. Aber ich habe dich nicht gesehen. Ja, aber warte mich mal bitte nicht, sonst habe ich verloren. Auf wen gehen wir jetzt als Crew-Mates? Chantau muss Joker sein, außer er ist ja ein Imposter wirklich. Ich denke, es sind, also ich bin gerade eher, es weiß nicht, was Jeff hier, woran Jeff gerochen hat, weil ich nie gewendet bin. Ich bin gegen Mike und Max tatsächlich gerade. Jeff ist mit mir mitgelaufen die ganze Zeit gerade. Na gut, dann bleibt ja bloß noch Timmit oder Mike übrig für den anderen, okay? Also dann ist es einer von den beiden. Ich denke, Mike ist nicht. Ich kling mich jetzt mal, ich bin Sheriff, Leute. Wenn ihr mich rausvortet, habt ihr verloren. Du lässt gerade vielleicht Angst, dass ich Joker bin. Und will jetzt Mike voten? Ich bin Sheriff, ich kann keinen schießen, wenn wir einen rausvorten. Timmit, wen votest du? Wir haben eh, wir können eh fixen und dann noch mal, ja. Gerne. Boah, ich habe keine Ahnung, ey. Also wenn ihr mich votet, habt ihr verloren. Ich bin Sheriff. Timmit ist accessible aus meiner Sicht. Wen? Timmit, wen? Ich habe Timmit gewoortet. Keine Ahnung, mach einfach. Ja, geil, super. Es ist so schwer herauszufinden, weil Leute sagen, Oh nein. So eine sagt, dass ich hier auch nicht cool bin, was der andere sagt, der andere läuft in Wenz rein. So, ich weiß nicht, was ich denken soll. Auf wen soll ich schießen vielleicht? Auf wen soll ich schießen? Mikrofon muted. Mikrofon aktiviert. Wollte eigentlich warten, hat nicht Sheriff eine kürzere Cooldown als Imposter? Ja, aber auf wen soll ich denn schießen? Ich habe achtmal gefragt. Ich glaube, der Stensible Shot wäre halt schon Tau gewesen. Du weißt halt auf jeden Fall, dass er Joker ist, was wir vermuten haben. Ja, aber ich habe gerade nochmal gefragt. Niemand hat mir einen Namen gekostet. Ich denke, wenn Max wirklich überzeugt davon ist, dass es Timmit war, dann würde er ja hier nicht den Button drücken, oder? Ich bin nicht wirklich überzeugt, weil seine Mic-Story hat auch Sinn gemacht aus meiner Sicht. Und jetzt den Button zu drücken, gibt einem natürlich so ein bisschen Proof, weil man dann derjenige ist, der einen Button gedrückt hat. Wieso sollte man jetzt den Button drücken? Aber muss man ja, weil irgendwer wird den Button drücken. Ja, aber magst du noch Joker sein? Ich habe auch gefixt, by the way, ne? Nö, kann er nicht. Warum nicht? Bei Vlask-Jokers? Ich glaube, Chantau-Joker, aber ich weiß nicht. Ich denke, 80% Chantau-Joker, 20% Vlask. Ich hätte ja abgewartet, dass Mike auf jemanden geschossen hätte. Was, Jeff? Ich verstand das. Ich hätte eigentlich eher gewartet, bevor ich den Button gedrückt habe. Ja, aber auf wen? Also, einfach random. Ich wusste halt nicht, ob... Einfach random, okay. Wenn ich daneben schieße, ist das vorbei. Und dann Timmit kickt, in dem Moment, wo er den Button jetzt als Joker drücken würde, wäre ich mit dem... Also, fände ich den Button halt einfach nicht fair. Nee, ich bin nicht Joker. Ich bin nicht Joker. Ich hätte auch hier auch keinen... Also, das ist wirklich... Ich bin auch nicht Joker. Okay, pass auf. Ihr könnt... Also, wenn ihr mich votet und Timmit war im Poster, geht's weiter. Wenn Timmit aber keiner war und ihr votet mich, ist das Spiel vorbei. Also, ganz ehrlich, ich weiß, Vlask will mich dafür hassen, aber ich denke, hier der beste Vot ist in der Tat Vlask, weil ich denke nicht, dass Mike und Jeff ein Duo sein können. Was ist mit... Warum nicht Jeff? Ich denke, Jeff kann es absolut sein, aber ich denke, es gibt halt eine Welt, in der Timmit falsch ist. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist auf jeden Fall die Möglichkeit da. Und wenn diese Möglichkeit besteht, dann ist das Duo nicht Mike und Jeff auf meiner Sicht. Ach, klar! Oh nein, ich bin richtig dumm. Jeff hat ja gesagt, als wir nach oben gelaufen sind zu dem Double-Kill, hat Jeff gesagt, er war hinter mir, aber ich habe ihn nie gesehen gehabt. Und dann sagt er, er hat mich wenden sehen, obwohl ich Crewmate bin. Wir sind sogar relativ nah beieinander gelaufen. Ich will Jeff... Also, Max, ich weiß nur, dass Jeff und Chantau zusammen zu mir zu Comps gekommen sind. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, muss ich eigentlich Jeff voten, weil alles andere ist irgendwie Quatsch. Ich bin Crewmate. Oh, Leute, ich hätte als Sheriff halt easy schießen können. Ich glaube, dass das Vlas jetzt nicht in der Story ausgedacht hat. Als erstes von Chantau seid, dann GG, Leute. Das habt ihr echt krass geschickt. Kalmar, Kalmar, Kalmar. Das war so mein Einhorn, aber das kann ich ja nicht. GG, Shanti. Boah, krass. Wisst ihr, was super schade ist? Ich hätte die Runde... Hättest du getötet, Mike? Hätte ich euch die Runde wahrscheinlich wieder geklaut, weil ich war wieder nichts Hass und wäre wahrscheinlich der Erste gewesen, den ihr einfach so hättet voten können, weil es zwei andere Joker gab. Ich glaube, ich habe Karuso nicht getötet, oder? Karuso habe ich nicht getötet? Nee, oder? Nee, es war tatsächlich... Naja, deswegen, Parti, ich habe das echt nicht gemacht, also. Was? Ich habe Karuso nicht da getötet, wo du gecallt hast. Oder verdacht hast du nicht? Nee. Ich habe mich halt echt gesehen. Aber du kamst von dem Wendt-Wend gelaufen. Warum warst du dann... Du hast ja auch dieselbe Frage gestellt zu... Ich weiß nicht mehr zu wen, warum der von der Wendt-Richtung kam. Ich will, glaube ich, letzte Runde callen. Ich glaube, ich call letzte Runde. Oh, Timmit, du hast mir so in die Karten gespielt, ne? Ja, ja. Die will crazy. Darf ich mit auch letzte Runde callen? Ich liest mich der Karuso an. Darf ich letzte Runde callen? Nee, ist verboten. Nee, auf jeden Fall. Nächste Runde vielleicht. Ich spürte mich auch mal. Alter, guck.